was werden die nächste stufe ich brauche weniger dead-eye ich soll nicht wieder zum lager nur kräht sich ein tier wo ist es denn? ah, guck mal Krettenwurzel das muss Tier töten na, Krettenwurzel hat heute gegessen sag ich doch, dass das am, am Wasser wächst das? ja, das da, was ist das? wenn man mit der Verte da weg das hier, was ist das? go, Yuki so, moin Riesenschimpelze und so, moin Riesenschimpelze und das andere waren äh, Schafgarbe na, lernst du inzwischen dass wenn ich irgendwie was heute, dass du angekommen hab, kommen musst gibt's hier noch irgendwas so, brauche ich hier nicht mehr ich kann ja noch Schafgarbe und Riesenschimpelze andere habe ich hier inzwischen Schafgarbe finde ich hier nicht und Riesenschimpelze im Wald ich muss ja echt mal zum Fleisch haben, mein Zeug verkaufen und Richtung Lager außerdem den in im in ich guck mal, ob ich mein Fleisch an das in auf The Station gibt's kein Fleisch wie sind Schimpels vorhin noch? immer ich renne und mein Ausdauer bleibt komplett voll voll warum bist du 10 Meter weit weg gestehen? komm her komm her komm her schön weg oder was war denn das? war nur ne Schlange oder? ich hab an sowas im Interesse ich muss doch noch ein Raubtier abliefern ich sehe noch nix hast du direkt hier? muss doch was sein was ist denn da? ich hab keine Ahnung wir retten weiter wenn er ja nicht ewig ich bin immer noch ein bisschen nervös, wa? wenn wir vorhin bei der Brücke muss noch ein fliegen ich erzähle es ist runtergefallen naja es ist runtergefallen das ist noch schwer ich darf mir den ganzen aufhören was bettelst du das? was willst du denn haben? was wirst du fressen haben? ok soll ich noch ein bisschen strengeln? ein bisschen dann zufrieden jetzt hm jetzt ja ist er gut hm ich kann mich nicht ganz gut ich kann mich nicht aber ich kann mich nicht nicht ich kann mich nicht genau ja plus dort sich auf jungkranker wählen sie dich die sind hier Tja, soll ich aber das Fell an den Händler verkaufen? Das ist die große Frage. Oder will ich das bis ins Lager schleppen? Wie weit ist denn bis zum Lager, ist doch ewig, ne? Wie weit ist denn da? Wie weit ist denn da? Soviel Gebrauch Händlerpunkte für, oder? Zum Beispiel hier für dasjenige Fleisch. Da beilte ich mal 5. Da beilte ich mal 5. Wie weit ist das? Wie weit ist das? ...done. Hmph, dime a dozen these days. Lucky this is popular how common it is. Hmph, dime a dozen these days. You want better pay, do a better job. Two hours later, I will have to get back. Have you gotten any behind the scenes? Hmph, you can see. Did you get a point for a point? Das ist das Gefühl nicht, ne? Das ist ja wieder wenig. Das ist das Gefühl nicht. Was habe ich eigentlich? War das nicht hier? Gab es da nicht diese Ausrüstung zu kaufen? Oder ist die hier gar nicht mehr? War die nicht oben? Ja. 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 Hat sich gerade aufgefüllt. Jetzt scheint sich ja keiner zu beschweren, wenn ich hier das Zeicher durchsuche und mitnehme. Ja. 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 Das klingt auch nicht. Das klingt auch nicht. Ja, die muss jetzt woanders sein. Die Endreta oder wie die ist. Die starke Schlange habe ich schon genug von, oder? So sieht es wohl aus. Ich glaube, das Zeug immer verkauft. Aber das geht ja irgendwie nicht. Aber das geht ja irgendwie nicht. Aber das geht ja irgendwie nicht. Das geht ja irgendwie nicht. Jetzt gibt es da nichts. Nun, ich muss noch zwei steckbrieflich gesuchte Lübben. Ist das die Tafel? Oh, das ist die Tafel. Nehmen wir doch mal den hier, der ist nicht so schwer. Dann versuchen wir den ohne die Leute umzubringen. Ich muss jetzt mal aufsitzen. Oh. Ich habe ein Problem mit den FPS. Die sind so mega unterirdisch. Dann ist alles wie Zeitlopen Zeitlupe 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 Lopen Lopen Zeit. Das ist ein Problem mit dem Tafel. doch mal ein blick auf die karte werfen weil da werde ich glaube ich nicht rüberkommen wo ist denn der überhaupt bewegt er sich? weiss nicht doch nicht doch ... ... ... ... Ich bin hier in Great Plane, so leid. Ich bin hier in Great Plane, so leid. Ja! Das war nicht der richtige... Das soll die Gegner ja nicht töten. Wenn ich vom Zwerd ziehe, dann haben sie noch ein Problem weiterzukommen, oder? Was denn noch mal? Ich bin schon tot, oder was? Ich bin schon tot, das ist nicht gut. Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, der Knob. Soll ich mich auch irgendwie was angeln? Oh, der Knob. Well, I'll be. Aber ich glaube, die... Oh, nur 360. Die, äh, Herausforderung nur 24 Dollar. Krumme, krumme, krumme Zahl. Einfach nur Zielpersonen. Krumme, krumme, krumme.